leute von heute was geht herzlich willkommen bei uns star wars youtuber epic wars mit weiteres star wars battlefront action hier für euch ja leute ich habe gerade meine statistik noch gesehen für die leute die gerne meine statistik mal sehen wollten hier isi und ja leute wir sind heute am start für euch und haben eine kleine spaß mit der zeit erfolge hier für euch am start wiederhole ich mich gerade gerne todes am wiederholen egal leute spaß mit der zeit war let's go oh mein gott lange nicht mehr gemacht leute es ist aber wieder am schuss so ich weiß nicht er spiel lieber so es macht irgendwie mehr sie pass sie pass oh mein gott let's go ja mit der dt 12 spiele ich leute als normale waffe ihr seht ihr die die von credo die waffe haben es noch gucken wo die gegner sind sind die überhaupt gequittet zwei leute haben sich schon eingeloggt und gucken ob die aktiv bleiben den werde ich jetzt so weghauen oder auch nicht mann ich werde so fällen bitte töte mich nicht ich bin noch zu jung um zu sterben so ich will mal deren fracht für meine teammates wieder hyperaktiv werden ja haben die schon sind die schon die sind schon hyperaktiv man blub nein oh mein gott es klappt nicht es klappt nicht es klappt nicht okay gib mal ab die suppe dann kann ich schon das nächste gleich einnehmen kommt wer let's go let's go das ist noch nicht abgegeben muss kurz hier chillen leute weil sonst gibt unser team einfach zu schnell wie da ist ab dann ist die runde nach zwei sekunden 2,5 sekunden seien wir mal ein bisschen gnädig fertig aber jetzt ist das für eine rolle man auf der stelle wo geht das wo er auch noch da ein bisschen hängen geblieben ist dann müssen wir auf stufe 2 kommen ja aber auf stufe 2 drei leute haben sich eingeloggt das problem geht wieder los dass die lobbies wieder nicht so gefüllt werden wir schauen ob wir trotzdem die folge ein bisschen spaß haben werden in der folge wo ist der jetzt na ist schon down tötet die gegner nicht so schnell was machst du da was machst du da geh weg er bleibt einfach da stehen ey guckt euch das an teammate steht einfach nur vor mir und lässt den gegner das nehmen geh weg geh weg geh weg das ist meiner meins meins ja hey tschau hieß da was ist die fracht was ist die fracht was ist die fracht Leute was ist die fracht das ist die frage was ist die fracht oh das ist die fracht auf jeden fall nicht komm nicht so nah mit deinem BO-Stab das wäre nicht so schön dann geh mal weg ja komm komm baby komm 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 ich ein paar sachen hier auf aufgaben komm der kriegt nackengleicher mann der stand da so schön auf den nacken ok das auf headshot jawohl headshot spaß mit der zeit is back jetzt mal wieder eigentlich wird ne dumme aktion und dumme sachen die ich grad wieder raushauen wollte lieber nicht nein teammate sowas macht man noch nicht sowas macht man mach es mal nicht mach es mal nicht zeig da is back ich liebe das komm ey ich hab extra meinen karten so vier gegner reicht 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 besser als zwei oder ein gegner die ich immer oft ey der war doch immer ey leute der war die ganze zeit war er da und dann bewegte sich zack ab in seine bombe rein so macht man das die bomben mal gucken ob die auch gut sind von den gegnern die was bewerten bei mir natürlich nicht ich hab das hehehe das ist ja schwierig man es gibt sogar nacken headshots nacken headshots warte mal nacken shots nacken shots Leute auf die nackens nackens der gegner genug gibt's aber jetzt kommt wieder mal schönes sniper diaper nein ja wo ist er mach nicht diesen ich kenn ihn ich kenn dich mach nicht diesen stan the hammer oh mein gott nein 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 eine irongranate das ding sorry teampartner hier ich wünsch fast ne nein das war nicht so gemeint aber ich dachte wirklich das ding ist zerstört aber nein war nicht ist was zum geil blub na was das kann nicht sein ich hab gleich mal Zeit aber wieder sag jetzt man was holy moly alter die gegner halten mehr aus oh scheiße alter die gegner halten mehr aus als Chewbacca als Chewbacca als Chewbacca mit Chewbacca als Kopf was machen der da oben bitte und blub nein ich hab zu lange gebraucht meine schuld meine schuld ich geb's zu Dislike ist raus wir haben die Fracht an die Rebellen verloren er rollt sich nicht richtig er rollt sich immer noch nicht richtig er hat's einfach verlernt er hat die Rollen verlernt leute er geht zum sportunterricht und sagt hey leger ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr wie das geht und was ey wenn der nicht drauf war ne das kann's nicht sein ne Scheiße war nicht gut das geb ich zu wenn ich Fehler mache wenn ich schlecht bin nein warte mal und blub das ist so geil oh mein Gott oh scheiße Cycna nein so was haben wir hier noch nein ey ein bisschen zu hoch ich hab's gesehen dass ich zu hoch war ich hab's absolut gesehen Cycna ja jawoll oh oh ich bin so in der Bredouille die ersten mal gibt's Thermalenploder als Abkühlung ein Geschütz hab ich hm ich weiß gar nicht was ich machen soll mein Geschütz irgendwo hin platzieren irgendwo hin laufen wo die Gegner sind hört sich doch mal nach dem Plan an der ist nicht gestorben letzter Schuss entscheidet er schießt nicht auf mich du hast ja recht er steht 5 5 nur wie mein Teammate mich hatet ne ich gebe ihm aber recht Leute er steht 5 5 und eigentlich sollte ich jetzt erstmal einen Punkt machen ich mach erstmal einen Punkt er hat ja recht er hat ja recht man er hat ja recht ich will nur gucken dass keiner mehr in den Rücken schießt na Johnny ne Johnny boy weg hier komm let's go einfach ab ab raus hier raus einfach weg so da komm the man kommt komm man kommt der nicht da ist der man komm man ja ja absolut getroilt man oh mein Gott die Troll Maschine ist da ja eskortieren der Typ ist sauer der Typ ist sauer wie sauerkraut feindliche Truppen nähern sich feindliche Truppen nähern sich oh Gott not so gut oh oh Druide macht nicht die Sinn du підrickets du du bre ey geh mal weg heilungsbonus regelt mal million tausend punkte alter sagt in der was 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 geht hier ab mann ich bekomme kills aber nicht von der zeigung von umgebungsbomben von geschützen mein fanta geschützt war es auf jeden fall fleischig fleißig was ist mit dir diskutieren somata 7 3 oder was hier holen was ist da los schwierig so nein in den rücken mein erster tod leute in den rücken geschossen belastender content in den rücken der kann nicht mal für den gegner ein bisschen entzücken was hier los eingeklemmtes gameplay partner ist da rum was macht er da was macht er da läuft an meinem partner vorbei das war viel zu eng das war viel zu eng das war viel zu eng da muss ich erstmal ja panik schieben leute habe ich noch mein fanta geschützt am start ich weiß es nicht wenn ich ihm bei euch ein neues sind kommt dann nicht ziemlich schüchtern die leute heutzutage die leute von heute aha warte ich hole mal wieder links ihren punk gemacht oh oh geschützt hier in boah komm geschützt mach was arbeite ja leute frage des tages können wir mal raushauen es ist auch oft das 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 Spaß mit der Cygler-Serie hier bezogen. Und zwar habt ihr Bock auf die Serie noch. Feiert ihr die Serie oder habt ihr nicht mehr so viel Bock? Könnt ihr mal in die Kommentare beantworten, wie ihr die Serie findet. Würde mich mal echt interessieren. Weil mit der Cygler... Scheiße, es ist halt selten, dass ich mal Kids mache. Na gut, so krass selten ist es auch nicht, aber das macht Schipass. Ich habe auch nicht so viel Tode. Ist eigentlich ein ansehnliches Gameplay dann. Ist! Aber er nicht stirbt. Imperiale Fracht. Jawoll, Mann. Einfach rein. Und was? Dann stirbst du halt. Schön die Fracht. So. Wo kommen die jetzt? Ah, der haut ab. Der eine ist, glaube ich, ungeschützt. Treff ich den? Ah, jawoll! Jawoll! Der war eiskalt. Erbarmungslose Kills hier. Oh. Mein. Gott. Oh mein Gott, ich liebe sowas, ey. Ich werde der Sniper in Star Wars. Das eisk einfach fast, Mann. Back da eisk raus. Nice, nice, nice. Haben wir hier alles? Willst du das mal machen? Erst mal kurz noch die Fracht abgeben. Zum Ende. Geht das durch, Leute? Ja, jetzt gehst du nicht mehr ran, oder was? Komm schon, mach nicht diesen. Mann, er hat diesen tatsächlich gemacht. Oh, scheiße, jetzt kann ich es nicht mehr abgeben. Egal. Wir haben es sicher, oder? Wir haben es sicher, wir haben es sicher, Leute. 6-4 gewonnen. Knappes Ding. 46.1. Also, richtig geile Folge eigentlich. Also, wenn es nach mir geht, ne? Das ist auch richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch richtig Spaß gemacht, hier beim Zuschauen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Kommentieren, bewerten. Einfach das Video zerstören hier. Und ja, mehr gibt es einfach nicht zu sagen, oder? Ich bin raus, hau da rein. Und falls ihr noch irgendwelche Wünsche oder so habt, könnt ihr es auch gerne schreiben. Ich bin offen für alles. Macht's gut, hau da rein. Und bis zum nächsten Mal.